Die kommende Nacht wird kalt, die Temperaturen sinken teilweise unter 10 Grad. Schuld ist Höhenkälte, die uns in Deutschland erreicht hat. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Samstag hier bei wetter.net. Wir schauen direkt auf die Temperaturen in der kommenden Nacht zum Sonntag. Es wird ganz schön frisch für die aktuelle Jahreszeit. Die Temperaturen nähern sich der Null-Grad-Marke. Sie gehen auf 9 bis 1 Grad zurück. Und besonders hier in den Mittelgebirgslagen kann es stellenweise für Bodenfrost reichen. Bodenfrost gab es auch heute schon am Morgen, am Samstagmorgen. Beispielsweise im Hunsrück wurden minus 1 Grad direkt über dem Erdboden in Simmern gemessen. Aber wie geht es weiter? Wir schauen auf den Sonntag. Der bleibt auch unterkühlt, kein Wunder. Denn immer wieder kommen hier aus Nordwesten kühle Luftmassen morgen am Sonntag zu uns nach Mitteleuropa geströmt. Und die lassen einfach keine frühsommerlichen Temperaturen mehr zu. Wir schauen auf die Wetterkarte von morgen. Und wir sehen besonders im Norden viele Wolken. Teilweise gibt es Regenschauer, die kommen bis zur Landesmitte voran. Weiter nach Süden bleibt es überwiegend trocken. Hier scheint meist die Sonne. Und die Temperaturen erreichen morgen Nachmittag gerade mal 11 bis 15 Grad im Norden. Im Südwesten und Süden da könnte es auch mal 17, 18 Grad werden. Also etwas wärmer. Aber die ganz große Wärme, die bleibt uns erst mal fern. Wir schauen, wie geht es danach weiter. Und gucken auf den Montag. Der Montag ist insgesamt schon relativ freundlich. Ab und zu scheint die Sonne nur im Norden ziehen ein paar dichtere Wolkenfelder vorüber. Es bleibt aber niederschlagsfrei. Und die Temperaturen bleiben noch ziemlich gedämpft. Maximal 15 bis 21 Grad. Und die Frühtemperaturen am Montag liegen meist wieder so um die 3 bis maximal 8 oder 9 Grad. Zum Dienstag wird es dann langsam etwas wärmer. Es gibt ein Gemisch aus Sonne und Wolken. Im Osten sind einzelne Regenschauer mit dabei. Das Ganze bei Temperaturen um die 17 bis 23 Grad. Es wird also langsam wärmer. Und der Mittwoch bringt dann Werte um die 19 bis 25 Grad. Vor allen Dingen im Westen und im Norden scheint teilweise die Sonne. Nach Osten ziehen Schauer vorüber. Ab und zu vielleicht auch mal ein kleines Gewitter. Das ist aber eher die Ausnahme. Und jetzt der Blick auf die Bilanz für den Frühling 2022. Und zwar bis einschließlich gestern, dem 27. Mai. Der Frühling ist meteorologisch gesehen fast vorbei. Er beginnt ja am 1. März und endet am 31. Mai. Also können wir aktuell schon guten Gewissens eine Bilanz schon mal ziehen. Und wir sehen, die mittlere Temperatur lag bei 9,0 Grad. Ist etwas zu warm im Vergleich zum Klimamittel. 1,6 Grad wärmer als das Klimamittel der Jahre 1961 bis 1990. Es ist immer noch vorgeschrieben, von der WMO mit diesem Klimamittel zu vergleichen. Obwohl es eigentlich ja ein altes Klimamittel ist. Wir schauen auf die Niederschläge und da sehen wir durchaus große Abweichungen. Es gab 114 Millimeter Niederschlag. Das sind 114 Liter Regen pro Quadratmeter auf Deutschland hochgerechnet. Im gesamten Frühling 2022. Und damit ist das Niederschlag soll erst zu 61 Prozent erfüllt. Wir können also festhalten, es ist ein sehr trockenes Frühjahr gewesen. Dafür aber auch ein sehr sonniges Frühjahr. Es gab 648 Sonnenstunden. Und damit ist das Sonnenschein soll zu 138 Prozent erfüllt worden. Schauen wir uns das Ganze nochmal an hier in den Zeitreihen. Und gucken wir mal auf die Niederschlagsummen im Frühjahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881. Ja und das aktuelle Frühjahr, das finden wir hier unten bei den Regensummen. Es ist eines der trockensten Frühjahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Hier oben sehen wir einige sehr nasse Frühjahre. Die haben teilweise über 240 Liter Regen pro Quadratmeter gebracht. Aber bei uns hier war das Frühjahr bisher sehr trocken gewesen. Und wir sehen hier eines wirklich der trockensten Frühjahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Wir schauen auf die Temperaturen. Wo sind die einzuordnen? Naja, die liegt so ein bisschen entlang des Mittels. Aber doch eher auch hier im oberen Bereich der bisher wärmsten Frühlingstemperaturen seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und wir sehen hier, der Vorfrühling im Jahr 2022 war deutlich kühler gewesen. Der liegt hier deutlich weiter unten mit der mittleren Temperatur. Und in diesem Jahr sind wir deutlich weiter oben im Frühjahr 2022 gelandet. Es ist hier oben weiterhin mit dabei in dem Bereich der wärmsten Frühjahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Zum Schluss noch ein Blick auf die Sonnenscheindauer. Wo befindet sich die? Und auch da kann das Frühjahr ganz oben mitspielen. Ganz oben hier im Bereich der sonnigsten Frühjahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Sachen Sonnenscheindauer. Und das ist doch wirklich auch eine interessante Bilanz. Es ist ein leicht zu warmes Frühjahr gewesen, ein extrem trockenes Frühjahr und ein deutlich zu sonniges Frühjahr 2022 bei uns in Deutschland. Aber wie geht es nun weiter? Am Mittwoch beginnt ja der meteorologische Sommer. Es wird langsam wieder wärmer. Der Sommer feilt an seinem Comeback. Und wir sehen hier Donnerstag, Freitag, Samstag zum Pfingstwochenende hin. Es wird langsam wärmer. Am Donnerstag 22 bis 30 Grad. Am Freitag 22 bis 31 Grad. Und der Samstag könnte uns dann 24 bis 29 Grad bringen. Aber insgesamt eher eine recht wechselhafte Angelegenheit. Schwül, warm, immer wieder Blitz und Donner mit dabei. Also ziemlich durchwachsen. Wie geht es weiter bis zum 13. Juni? Zunächst mal geht es raus aus dem Kältetal. Was wir aktuell an diesem Wochenende erleben, das sind die Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Nächste Woche wärmer. Wir bleiben entlang der braunen Linie. Das ist das Klima mittel. Und ab und zu sind Niederschläge mit dabei bis zum 13. Juni. Wir schauen nach Ostdeutschland auf die Regensummen. Und da erkennt man sehr schön, der Hauptlauf ist ganz weit unten angesiedelt. Das ist hier die schwarze Linie. Der Hauptlauf sagt bis zum 9. Juni kaum Niederschlag in Sicht für den Osten des Landes. Aber im Mittel haben wir so 30 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Es ist also spannend, wie nass oder wie trocken es weitergehen könnte im Osten des Landes. Einzelne Ausreißer bei 90. Andere teilweise nur knapp über 0 Liter Regen pro Quadratmeter. Wir schauen nach Süddeutschland und sehen hier die 2-Meter-Temperatur um die 15 Grad an diesem Wochenende. Nächste Woche deutlich wärmer um 25 bis 28 Grad. Einzelne Ausreißer fast bei 30 Grad. Und dann bleiben wir so um die 20 bis 25 Grad bis zum 13. Juni. Erstmal relativ wenig Niederschlag. Aber dann gibt es verstärkt Niederschlagssignale so ab dem 3. bis 4. Juni. Also genau über Pfingsten könnte es schwül, warm und gewittrig werden. Wir schauen nach Westdeutschland. Hier auf die Luftmassentemperatur in 1500 Metern Höhe. Und auch hier sehen wir erstmal unterdurchschnittlich, aber dann wird es nächste Woche langsam wärmer, leicht über dem Klimamittel drüber. Auf diesem Nio bleiben wir dann erstmal und ab und zu sind Niederschläge mit dabei. Es ist so auch hier wahrscheinlich eine schwülwarme Wetterlage, die uns bevorsteht. Zum Schluss der Blick in die Landesmitte auf die 2-Meter-Temperatur. Es wird auch hier nächste Woche deutlich wärmer. Ein Sommer-Comeback steht hier an. Temperaturen 20 bis 25 Grad. Einzelne Ausreißerrichtung 30 Grad Marke. Auf dem Niveau 20 bis 25 Grad bleiben wir erstmal. Und wir schauen noch kurz auf die Niederschlagssignale. Und auch die nehmen etwas zu über die Pfingstfeiertage. Auch hier droht wahrscheinlich eher eine schwülwarme Gewitterlage. Aber das schauen wir uns morgen nochmal etwas genauer an. Das war es vom Wetter am Samstag hier bei wetter.net. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo auf unseren Wetterkanal wetter.net auf YouTube. Tschüss, bis bald.